Der Deutsche Fußballbund wechselt seinen Ausrüster. Ab 2027 wird nicht mehr Adidas, sondern der US-Hersteller Nike die Teams ausstatten. Das teilte der DFB heute mit. Mehr als 70 Jahre lang liefen die Nationalmannschaften in Trikots oder Schuhen des Unternehmens aus Herzogenaurach auf. Aber in neuen Vertragsverhandlungen habe Nike das mit Abstand beste Angebot abgegeben, so der DFB. Und nun die Wettervorhersage für Freitag, den 22. März.